Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Seit kurzer Zeit gibt es so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt einen Abklatsch von Agario, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese IO-Endung, dass das schon sowas ähnliches ist. Und zwar Slyserio. Man spielt einen Wurm und muss versuchen, andere am Kopf zu fressen, wenn ich das jetzt so gesehen habe. Und wenn man die anderen am Körper frisst, hat man verloren. Also man kann wirklich nur den Kopf angreifen. Und je mehr man frisst, desto länger wird man. Deswegen würde ich sagen, spielen wir einfach mal und gucken, was das so wird. Genau, also deswegen so ähnlich wie Agario hier. Man muss die ganzen Punkte futtern und dann später versuchen, Leute am Kopf, also wirklich nur am Kopf. Mann, uch, ich glaube, ich kann mich auch selber fressen, theoretisch, wenn ich was falsch mache. Oh nice, was ist das denn? Oh mein Gott, ihr seid so Penner. Ihr seid so Penner. Keine Ahnung, was da gerade passiert. Achso, ich glaube, einer wurde gefressen. Deswegen ist da... Ähm... Für die... Alter, sind die dick, ey. Für die Länge. Ich weiß nicht, ob ich... Ich hab's jetzt Sound... Warum hat er mich jetzt fressen können? Warum hab ich verloren? Okay, unten links sehen wir auch unseren Ranking. 381 von 396. Ich glaube, hier sind gerade 396 Spiele auf dem Server, wenn man das nur sagen kann. Ich glaube, es gibt einfach nur eine einzige riesige Welt. Ich weiß gar nicht, ob man andere fressen kann. Oder ob man wirklich drauf warten muss, dass die einen Fail begehen. Also mir war so, dass man Gegner am Kopf fressen kann. Aber anscheinend funktioniert das nicht so wirklich. Ja, mittlerweile schon 281. Haha, noop. Hehe, da hab ich dich gegessen. 275 vom Ranking, 238. Also je weiter man kommt, desto... Ne, logisch, ne? Desto höheren Ranking. Ich glaube, man muss die Gegner einfach nur versuchen, ähm, auszutricksen. Ich glaube, so an sich fressen, so wie an Agario, gibt's hier nicht. Und die Map ist riesig. Riesig, holy shit. Auf jeden Fall hab ich ja noch kein Ende gesehen. Und ich, äh, laufe hier ja schon ein bisschen nach, nach unten. Ähm, das ist natürlich doof, wenn die Map so riesig ist. Dann, dann begegnet man irgendwie gar keinen. Ich glaube, man kann sich auch selber töten, indem man sich selber frisst. Hi. Wow. Hi Flip. Ja, also das ist halt so die neue... Weiß nicht, ob das, ob die Leute das, äh, mega feiern. Auf jeden Fall von Agario kenne ich's. Die Leute feiern das extrem. Keine Ahnung, wieso. Aber sehen, das guckt euch mal diesen langen, schleimigen Wurm an. Mh, so, hier gibt's wieder ein paar Pünktchen zum Mampfen. Pünktchen. Einer hab ich so ein bisschen an, an Snake. Wenn man so eine riesige Schlange hat, die immer länger und länger wird. Das uralte Spiel Snake, was die meisten von euch hier überhaupt gar nicht mehr kennen. Ein gutes, gutes Spiel. Njum. Ja, und ihr seht ja oben rechts, ähm, die Toplist. Also, 15.000, ich hab mein Frame drüber, meine Frame-Rate. Hab so 18.000, glaub ich, sind's. 18.000, noch was. 18.880. Ähm, an Länge. Holy shit. Holy shit, da ist was. Nein, warum ist es abgestützt? Fuck you! Oh, der Scheiße! Weißt du? Lol. Ah, man kann sich, okay, man kann sich selber nicht fressen. Gut zu wissen. Man kommt also selber in sich rein. Na, na, na. Oh, der war knapp, der war knapp. Wirklich? Tatsache, man kann sich selber, in sich selber verknoten, sozusagen. Aha. Boah, das ist ja auch bitter. Und der... Wow, wäre ich mal nicht weiter... Oder, ja, wäre mal nicht weiter geschreddert worden hier. Oh. Ich glaube, man verliert generell... Alter, ich weiß nicht, warum gehen die immer so ab? Ha, ha. Ha, ha. Okay, man kann sich also selber nicht fressen. Das ist wirklich praktisch. Ähm, das ist wirklich das Geile daran. Wenn irgendwas zerstört wird, versucht einfach, es einzukesseln. So, sozusagen. Ähm, damit alle anderen Leute gar nicht... Hi, seht ihr, seht ihr, was er da macht, der Rote? Seht ihr, was er da macht? Er versucht, oder er hat es erfolgreich geschafft, weil er so lang ist, die Gegner da einzusperren. Und der kommt auch nicht mehr raus. Der ist... Das ist nicht mehr möglich. Er kommt nicht mehr raus. Ist das Assi, ey? Ist das Assi? Oh, Scheiß, Mann. Oh. Aha. Vielleicht. Vielleicht. Nur wenn man so leuchtet, kann man Gegner zerstören. Ich glaube nur, wenn man... Ich weiß aber nicht, wie man leuchten kann. Oh mein Gott, das ist ja funny. Okay, ich kann verstehen, warum man das feiert, weil... Das ist wirklich witzig, aber Agario finde ich lame. Weil du kannst... Agario mit Teilung... Und kann man sich ja teilen? Nein, kann man nicht. Also mit Leertaste funktioniert gar nichts. Zumindest das, was auf Bluestacks normalerweise übersetzt worden wäre, an Steuerung. Aber holy shit war das Assi, ey. Das war so witzig. Na, na, na? Oh, nice. Ich weiß... Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, kann ich euch nicht sagen, was passiert, wenn die Typen... Wenn die Typen leuchten. Aber ich muss sagen, das macht Spaß. Ich habe einen... Ich habe ja einen dazu gebracht, mich auf zu... Oder... Gegen mich zu kommen. Oh, da ist er schon wieder. Alter, guckt euch mal. Das ist der 8. Platz. 11.199. 11.199. Wir versuchen mal in die andere Richtung. Denn da ist nämlich sein Ende. Sein Schwanz. Den werden wir uns mal angucken. Da ist er. Alter, ich weiß nicht, wie lange die sind. Gerade deswegen muss ja die mehr wirklich riesig sein. Weil der Erste hat mittlerweile 25.000 als Länge. Ich habe gerade eine Länge von 88.000 gehabt. Also stellt euch das einfach mal 250 vor. Die Länge, die ich habe. 250. Ja. Oh, verdammt. Andere Richtung. Wir möchten nicht zu seinem Kopf hin. Da ist schon wieder einer der Leuchten. Ich habe keine Ahnung, wann die leuchten. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man sehr in sehr kur... I will kill you. Wenn man in sehr kurzer Zeit vielleicht sehr viel Futtert. Das kann sein. Guck dich mal an, Alter. Wie so eine Schnecke, weißt du? Wie so eine Schnecke schlingelt man sich da. Das war echt, also... Ja, das ist auf jeden Fall Taktik. Das ist auf jeden Fall sehr miese Taktik. Da muss man auch wirklich versuchen. Jetzt ist er schon wieder leuchtend. Ich weiß keine Ahnung, warum. Er hat gerade irgendwie nicht wirklich was gemacht. Da muss man... Also hier ist wirklich auch ein bisschen Taktik gefragt und geschickt. Dass man halt wirklich den Gegner einkreisen kann. Warum bist du ja ab und zu so eine komische Linie gezogen? Hier so, weißt du? Hier so. Linie, Linie. Ich glaube, das ist einer, der getötet wurde. Aber die Punkte decoyen vielleicht während der Zeit. Also über die Zeit werden die ein bisschen kleiner. Von diesen leuchtenden Pünktchen. Ja, hier auch schon wieder einer. Werden die dann halt wieder kleiner. Also nur am Anfang, wenn man die Gegner wirklich besiegt, dann bringen die viele Punkte. Ich muss sagen, sehr, sehr schönes Spiel. Gefällt mir sehr gut. Guck mal, Platz 1 ist ein Namenloser, der mittlerweile auch schon 46.000... Eine Länge von 46.000 hat. Oh, hier. Hier wurde wieder jemand gegessen. Ach, du Kacke. Ich... Keine Ahnung. Ach, guck mal. Guck mal, mit Doppel... Okay. Mit Doppeltipp kannst du schneller werden. Allerdings verlierst du auch etwas über die Zeit. Hier seht ihr die Länge. Die verringert sich. Interessant, interessant. Dann kommt man also schnell vor Gegnern weg. Oder, wie ihr ja gesehen habt, man kann die vielleicht fressen dadurch. Wir probieren das gleich nochmal. Das ist ein Assi, Alter. Das ist ein richtiger Assi. Das, was ich gerade machen wollte, das ist ein Penner, ey. Okay. Eine sehr lustige App, muss ich sagen. Es gibt wenigstens wirklich eine App für Algario. Gab es nur diese schwubbelige Website, die wirklich eine behinderte Übersetzung für mobile Geräte hatte. Da konnte man wirklich nur am PC mit der Maus spielen. Aber Slytherio. Schöne Spiel. Schöne Grafik. Vor allem auch schöner Hintergrund, weißt du? Das ist nicht so, das ist nicht so weiß, das ist nicht so nichts. Was ist das hier unten eigentlich? Ich versuche mal ganz kurz da hinzukommen, zu diesem weißen Knobel. Ich denke mal, ich bin die zentrale Mitte von dem Kompass unten rechts. Und ich würde gerne wissen, was in der Mitte da oben ist. Ey, was da oben ist. Gleich ist der Erstplatzierte. Um den zu jagen. Ey, ich bin so gut. Das ist wirklich der Erstplatzierte. Meine Güte, bin nicht krass. Kommen wir jetzt jemanden abgehauen? Ach du Kacke, ey. Das ist so reudig, Mann. Das ist so schleimig und reudig. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Gebär, 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 Gebär. Oh, verdammt. Jaja, ich lass dich ja schon in Ruhe. Du Dreckstvi. Aber hier ist auch wirklich... Hier ist man niemals gegangen... Ich werde mal ganz kurz versuchen. Seht ihr, wie ich kürzer werde, bis zu einer minimalen Länge von 10. Ich würde gerne noch mal ganz kurz wissen, wir machen uns mal ganz noch ein bisschen größer. Ob wir gehen da besiegen können wenn wir mit dem speed durch den kopf raschen Weil es ging ja irgendwann mal Es ging ja irgendwann ging das ja mal also es ist echt mies mit dem speed Man will die gehen natürlich alle haben Okay ich gehe dann doch nicht mehr zu der links da hoch hier ist wieder einer abgehauen Der wurde wohl verfolgt oh hi Ja ich glaube die lassen sich nicht so einfach besiegen das ist doch der erst platziert er hat eine andere farbe das ist der achte hier vor mir Von wie dick die werden die dinger Ist ja eklig Danke ich möchte ich gerne Der ist ja schon wieder da das überall der typ Möchte ich gerne ganz kurz komm her Ich weiß nicht warum die dinge mal weg fliegen oder weg laufen keine ahnung gibt mal wo ist denn hier ein kleiner Ist schon wieder das schon wieder abgehauen der rote Aber das ist so viel schneller als ich das gefühl Mööööööööööööööööööu Wenn halt über die gesamte map so ein komischer Wurm Der kommt noch ein bisschen näher zu mir wenn über die ganzen komischer Wurm ist, ich bin so weißt du das Kind von dem Wurm Mann ich will jetzt trotzdem testen gib mir doch mal einen kleinen Wurm wo bist denn du? Ich will gucken was ob wir den gegner fressen können am kopf wenn wir den speed an haben Ich habe das oh hier ist der Ende der map Okay, man stirbt sofort wenn man Ende der map ist, okay gut zu wissen Okay, jetzt lässt sich nichts mehr das war's gewesen mit Slytherio, wer spielen möchte in der Videobeschreibung Seht die links zur App, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten mal bei Angen spielt, tschau Leute